Es ist wieder Zeit für den Vlog. Eine Ewigkeit später. Hoi zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Double X. Ich bin heute in Rom, Ballelunga, das ist eine Rennstrecke. Ich mache Bilder und Videos für 1000 PS und ein bisschen vom Motorrad. Yeah, 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 das wird spannend sein. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Habe ich gesagt, es ist super heiss. Achso, die Jungs von Motorrad haben gerade die Top-Superbikes getestet. Vor allem, sorry. Ich habe gespritzt. Und es ist super heiss. Ich weiss nicht, wie die das gemacht haben. Hey, what's up? Das gehört sich so gut an, gell? Because! Profis machen leiser, ne? Ja, es ist super lustig. Hey, es hat mich mega gefreut. Viel verraten darf ich auch nicht, weil das ist eigentlich ein ganz offizieller Test. Von dem her, das war's. Danke für das Zuschauen. Ich hoffe, wir haben Spass gehabt. Und man sieht sich im nächsten Vlog wieder. Tschüss zusammen! Tschüss, tschüss!